Servus Leute! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde mich später mit dem Christoph treffen und ihm die Haare umstylen. Ich wollte den Christoph eigentlich zum Friseur bringen, aber wir haben ein Problem. Christoph ist ja nicht versichert und deshalb kann er sich ja nicht impfen lassen. Aber ich habe mir eine andere Alternative überlegt. Ich werde ihm selber die Haare schneiden und ja, mal sehen, was dabei rauskommt. So Leute, Christoph tut gerade das Licht abdecken. Das ist viel zu stark. Greener, komm jetzt! Gleich, ja? Nicht gleich, komm sofort! Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja. Ich setze, ich nicht muss zahlen wegen dieser Taxi oder was anderes. Na. Ich bin so schön. Super, ne? Arme, wenn du wolltest. Will ich immer sitzen. Willst du noch was den Zuschauern sagen? Ich mache dir Licht. So, besser. Na, alter Mann ist alter Mann. Ah, macht nix. Vielleicht können wir später, ich bin Junge, ne? Aber auch. Not aus. Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, ich bin jetzt soweit fertig. Wie gesagt, ich bin kein Friseur, ich habe das Beste daraus gemacht. Ihr werdet gleich das Ergebnis sehen, das Endergebnis, wie Christoph aussieht. Wie gefällt dir dein Bart und deine Haare? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? So Leute, das war's mit dem Video. So Leute, das war's mit dem Video und Christoph, kannst du dich von den Zuschauern verabschieden? Meine liebe Freunde, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.